Harry, quatsch dich mal bitte an. Harry, ich hab hier mal was elektrisches gemacht hier. Wen denn, wo denn, wo soll der denn hin? Na Harry ist da hinten, da steht so ein Typ, den musst du anquatschen, damit das Event vorwärts geht hier. Ach so, muss jetzt kommen. Wir sind zum Event gesprungen, gesund und sicher, rechts von uns auf der Karte. Ach hier, äh, 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 gesund und sicher oder irgendjemand. Ja, genau. Ich brauch mal ne andere Position. So. Das Ding raus. Ja, da braucht kein Elektriker reingucken, ne? Wo kommen denn die Flieger her? Jungs und Mädels, das war's mal wieder heute. Der Thomas geht wieder. Mach's gut, Karl des Großen. Schön, dass du bei uns bist. Ich freu mich. Wie gesagt, vielleicht überlegst du dir ja nach und du kommst in TeamSpeak. Ich freu mich jedenfalls, dass du bei uns bist. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Super gemacht. Das Schreckerlicht. Ich hab nur drei Boxen, die lasse ich jetzt los. Ja, ich hatte gerade ein paar Richtungs-Buck. Oh. Äh. Oh, es gab, den hab, ja, aber den hatte ich auch ein paar Mal gehabt. Ich hab, aber ich, gestern und heute bin ich verschont geblieben. Okay. Da hättest du den auch von mir haben können. Ich hab auch einen Bug manchmal. Jetzt geht's los. Wo sind sie? Kommen sie. Achim, wenn du hier wieder dich durchsiehst, ne? Ja, ja, ja. Dann frag mich nicht, ne? Aber wen sollen wir denn sonst fragen? Oh Gott. Oh Gott. Ja, dann frag mich einfach. Aber, ja, ich denke schon irgendwas aus. Ich werde alles wegrufen. Ich wollte da ja noch ein paar Ops und ein paar Briefmarken sammeln. Und dann wollte ich noch. Du machst das toll. Halt nur noch ein wenig durch. Hört sich gut an. Was zum Teufel. Du hast den Saft zu hoch gedreht, Clyde. Clyde hat's schuld. Clyde hat's schuld. Der hat den Saft zu hoch gedreht. Guck mal, Clyde trinkt ein Clyde. Clyde trinkt ein Clyde. Clyde trinkt ein Clyde. Passt schon. Clyde? Oh, ich werde schlimmer. Nicht besser. Beeil dich. Da schießt er schon wieder irgendeiner mit Blähfliegen-Dingenskommens. Ich sehe das da schon wieder. Das nächste Mal werde ich Ares aber die Meinung geigen. Kein Druck bleiben, aber wir zählen erlaubt sich. Schade, dass die nicht ein größeres Magazin hat. Naja, das könnte der Flammenwerfer ja ebenso gut. Hat er ja auch nicht. Naja, komm, da geht's. Fuss ist ja nur ein bisschen, ne? Stell dir mal nicht so an. Da machst du eine höhere Nachlage. Der hält sich mal wieder hoch, oder was? Wie sollst du den im Blick kriegen? Wir müssen gleich, glaube ich, erst die Ads ummachen. Das dicke Ding ist zurück. Das dicke Ding kommt jetzt. Das dicke Ding. Erik, ehrlich, das hätte ich nie gedacht, dass du zurückkommst. Oh. Wieso rennen die eigentlich alle weg da unten? Was stimmt mit euch nicht? Also Erik ist natürlich nicht dick, ne? Die Waffen macht ja mega viel Schlamm an den. Gott, der hat sich hochgedreht, ey. Was zum Teufel. Du hast den Satz zu hochgedreht, Clyde. Genau. Du hast den Verstärker zu hochgedreht, jetzt sind die Boxen durchgedreht. Gott, ich bin mir 30 Sekunden, aber was ein Gemetzel, ey. Das reicht ja doch. Das sollte gezittert hier. Das sieht doch immer aus in den... Ach nee, ja. Cool. So, gefällt mir. Das gefällt mir hier, ne? Was? Funktioniert jetzt mit den Fliegen eigentlich auch, wenn man einen Spieler tötet? Probieren wir heute. Das machen wir nachher mal mit... Nexus ist noch nicht da, ne? Wenn Nexus drin ist, machen wir das. Telefon. Hat denn jemand eventuell ein bisschen Plastik für mich? Schock und schau. Hokus und Pokus. Vicky und Wenz. Brühe und Würfel. Brühe und Würfel. Robin, ich kann dir nachher was geben. Ja, hier ist... Jetzt schlecht. Robin, du bekommst was von mir. Wo steckt sie denn? Ich stehe hier. Du stehst, das ist gut. Wenn du da stehst, denn... Also ich stehe hier, Robin. Ich stehe auch hier. Ja, ich stehe am höchsten von uns allen. Aber hier stehe ich da. Also ich stehe da. Ich werde abgeschossen. Ich brauche mal ein Auto auf, da hinten hier. Mal gucken. Irgendwo muss ich mir einstellen können. Ich glaube, ein Stück hoch. Dann hier hoch. Dann links, rechts, geradeaus, links, rechts, geradeaus, Mitte. Erik, bei dir ist schon wieder die U-Bahn vorbeigefahren. Der zeigt ja die Lüfter vom Rechner. Nein, das hört sich immer anders an. Das hört sich echt an, als wenn so eine alte gelbe S-Bahn bei dir vorbeifährt. Diese... Genau. Was ist das? War das nicht mehr G? Das sind deine Lüfter? Ich brauche sie aus dem Fall. Ja gut, dann kann ich das verstehen. Da musst du dir nicht wundern, dass sie so laut sind. Na, ich kenne den Erik immer da. Den kleinen niedlichen da. Pass auf, du bekommst sofort von mir. Okay. Plastik, wie du brauchst noch, Robin? Also pro Secret Service, pro Stich herstelle, meine ich waren 10. Boah, alter, die machst du jetzt erst? Wir haben gedacht, die hast du vor zwei Wochen zum Fertiger. Nee, Spaß beiseite. Lose Menge Zahnrüberschrauben, Federung, Kupferschrott. Komm mal da wo rüber? Plastik, überschüssiger Klee. Warte mal, ich muss erst mal gucken, weil das heißt ja hier auch immer interessant anlässt. Geformte Plastik, so heißt das hier. Kriegst du von mir, dann kriegst du pro Rüstung, also pro Teil 10, sagst du, ne? Ja. Hast du eine Fallout First Kiste? Nein, aber ich habe noch, ich habe extra wieder 500 Platz in meiner Lagerkiste gemacht. 500 Platz. Die wollte ich aber nicht nur mit Plastik verlagern. Ich nehme mal so. 500 Platz, das passt ja. Bitte schön. Jetzt hat er wahrscheinlich 5000, oder? Nee, 500, oh. Danke. Alles gut. Verlade in West. Aber nach 5 war ich gar nicht so schlecht. Nee. Ich habe nur eine 0 zu viel gehabt. Robin war alles gut gewesen. So. 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 Robin, du jetzt mal nicht, ne? Also an alle im Chat, die mal so zuhören. ihr könnt auch gerne eine kanalmitgliedschaft da lassen freut mich auch sehr dann kann ich mir morgens wieder ein honigmüsli kaufen und auch mal kein milch dazu sonst muss ich mal wasser drauf kippen auch mal müssen also gerne eine kanalmitgliedschaft mal da lassen und abonnieren die joghurtbeeren ja die joghurtbeeren was ist hier bei weißem haus los da der dr baron fox ist da da muss direkt am eingehen da da ist doch nicht weg ich mich ja ja da war er schon wieder die menschen fährt aber einen minutentakt bei dir wobei die bahn wieso ist denn alles kaputt gegangen jetzt hier wo einer hat hier so ein camp zerstörer bei mir gegenüber aufgestellt ich bin leid künftig verböser ich helfe dir gleich das kann aber nicht wahr sein robin aber robin danke dir da kann ich mir endlich wieder wieder milch kaufen und einmal haferflocken schön wäre es ja das sammelt sich ja und umso mehr sammelt sich das jetzt und robin aus sitzplatz fuß ich danke dir mein bester auch jetzt hier in herzilein der frechdachs hat einige kriegt eine mitgliedschaft der ist das ist der oberfrechdachs ist das hier sehen zu dass wir reinkommen wir warten schon auf dich ich danke euch ihr lieben ihr seid eine verrückte truppe vielen dank und wie heißt das so schön ich wollte das mal ganz kurz erklären an rolli rolli ja dinge sind drei die veräppeln wie nein die veräppeln mich nicht aber die sind ganz lieb du kannst bei mir eine kanal mitgliedhaft käuflich erwerben für einen monat immer und das macht macht die rasselband hier gerade das wenn ich immer so dann hier rumpahme dass ich mir kein müsli mehr kaufen kann und keine mehr daher der spruch weißt du ja weil ich sag mal so mit der mit werbung und so ein kram verdient sie ja kriegst du ja nichts und dann hängst du auch mit den kanälen zusammen mit den videos hatte ich habe erst gesehen ich muss mich heute über youtube erst mal anmelden damit ich überhaupt was machen kann ja aber du hast ja schon abonnieren können oder ging das auch nicht nicht eben nicht aha pass auf das interessiert mich nämlich mal weil ich habe nämlich ein haufen das dauert immer und einige wie gesagt du hast abonnenten dann gehen die wieder weg dann dauert es ungefähr manchmal zwölf stunden und dann sind die wieder da ist wenn die durchgecheckt werden der nächste grund ist auch die zuschauer ich habe mehr zuschauer manchmal gleich am abend die dann halt mit mit anderen geräten halt auch drin sind so ist das halt auch mit der anmeldung also wie gesagt anmeldung bei youtube kostet nix das ist ja kostenlos und wenn du dich dann anmeldet dann kannst du auch ein abo da lassen und like vor allem genau auch informiert wenn wir heute ich nehme ich und da ist mir das nämlich aufgefallen wirst du alles klar ja hier mache ich mache ich morgen oder oder vielleicht heute nacht noch fertig ja alles klar ja cool ich wollte jetzt erklären wie das mit der kanal mit schafft geht der martin der marvin hi marvin ich bin's marvin ich bin mal ich bin's marvin ach so jetzt sehe ich durch ich danke euch ihr seid lieb verdammte bande weil es ist immer so eine kleine spende für für den job den man hier abends macht wochen natürlich war weißt du weißt du weißt du weißt du ja sicher und so geht das heute noch mal rolle ist ja nicht so völlig korrekt macht ihr machen wir in der marvin die spielen ford 76 das hat eric ihn reingehauen ach so das erik hat das direkt vom fernsehapparat abfotografiert sehe ich gerade mit dem blaustich direkt mit dem handy abfotografiert und knallhart so reingesetzt kann was ich bin gut ne ich werde mal schreiben natürlich ist mein mein whatsapp wieder abgestürzt was auch sonst wer auch quatsch bin ich ja ich habe auf dem rechner noch drauf dann kann ich hier gleich schreiben natürlich spaß nicht ganz so machen wir jetzt erst mal ein bisschen post hier schickt wow nice camp danke alex 29 ich grüße dich hallo alex und vielen vielen dank alex gerne auch ein abo da lassen alex und like da lassen freue ich mich riesig unterstützt den kommer kanal und der schütze mit einem ungemeinen danke so mädchen so shit thank you so much thanks thank you so much alex you get me please subscribe and like button and thank you for your ja yes was ich lache mich kaputt ja das ist gut dann thank you for your subscribe alex alex i have a question i make a room tour room tour now for you alex my english is very bad mein englisch liegt noch in den betten peter paul und ja genau da haben wir es genommen ganz genau ganz genau ich habe schon wieder peppyfucks in den augen nein mit oma du bist die meine oma die fragt mich ob ich falsch bin übrigens ist gerade so eine interesse haben sollte ja das freut mich auch hier so harry morgen amt ist ja wieder front liebe freunde also für alle hier in drehwurm gerade haben morgen abend morgen abend am samstagabend ist nicht von 36 sondern okay morgen abend ist der front ja danke danke vielen dank langsam sammert sich die 5 und 6 auch ein bisschen ich mache mal eine kleine also wenn ihr zu pack esel gehen wollt gerne ich gehe mal mache ich mache mal eine kleine room tour ne für den chat hier ja ich habe mal eine kleine es gibt es kämpfen oder weg er kann aber morgen abend trotzdem mit dem front kommen reinkommen rolle okay das überhaupt kein problem das machen wir dann anders also das machen wir trotzdem da können ja dann auch leider nur viel mitmachen dann findet sich ja immer jemand auf fallout ja auf jeden fall deswegen ja jemand zum spielen ja also für fallout morgen sind sowieso also ich morgen bei the front sind zehn leute drin das hängt darauf an wir können bis zu 40 also max hatten servers mit zehn slots gekauft das heißt zehn leuten dann hatte ich das falsch verstanden ja ja zehn zehn leute harry ist morgen dann denke ich weiß nicht ob max uwe weiß ich auch nicht ob der gesund ist morgen aber wird da wohl dabei sein sollte das nicht der fall sein dass die das ammo dabei ist und so weil harry im anderen team ist dann würde ich auch nicht so front stream dann bin ich auch im fallout drin das hängt also wirklich von hamburg weil am und ich nun kannst nur zwei teams also je team immer nur glaube ich vier oder fünf leute machen und die anderen die sehen sich nicht ist noch early access und aufgrund dessen ist das natürlich ein bisschen anders dann würde ich auch das spiel wechseln aber das kennt man ja schon von mir dann bin ich operativ und und bau das schnell um und denke ich denke mal das geht dann auch es ist ja so wie jetzt mix es please mix es please and then join to me in my camp please alex er schickt mir eine freundschaft an frage finde ich gerade gut ich habe gesagt also weil rolli ist abonnent abonnement übrigens noch ausgeblieben ist konny kann ich mir morgen jetzt wirklich keine früchte ist für mein müsli dazu leisten das ist torsten schick mir doch mal schnell deine kontoverbindung ich werde ich gehe noch schnell altstoffe ab einer kennt das ja noch einer siehst du die gebe ich morgen früh gleich ab und das kriegen wir hin du wirst nicht verhungern alex 29 soul ich mache das okay ich war früher schon ich habe es gewusst so you have a friend request from me look here also ihr nehmt nicht wunderlich und macht keine selbstgespräche quatsch ich habe dir gesagt ich schick dir demnächst mal ein foto wie das hier bei mir aussieht ohne taschentücher und ohne müll auf den tisch mal sehen habe ich das ja auch wenn man dann diese fertig haus was wenn es gebaut hat fertig gebaut das oder auch auf jemanden bauen willst unter welchen menü ist sonstige das ist bei dabei sonstiges drin und komplett fertig also es kriegst du sofort hingestellt im atom shop gibt es momentan ja nicht mehr an glänburg gegen arbeit jetzt noch irgendwo kriegt wenn er jetzt da in wie kriegt es nicht steht nicht wie kriegt man beim modus oder ich fange es an zu starten ne du kriegst das doch irgendwo anders ne na manchmal wird dir ja angezeigt im baumodus dass du das nicht hast du sollst im atom shop freischalten obwohl es im atom shop nicht mehr zu sehen ist manchmal so ist es noch ein menü mit drin aber ne das haust du es ist leider nicht mehr da das kommt wieder meinst du dieses dreistöckige oder was ja ich denke auch nicht dass du brauchen kannst ne wenn man zum atom shop kauft das wird dann wahrscheinlich beim nächsten bei der nächsten karte kommen aber bei der neuen welt viel liebste als die chance für das feuerwerbsteil achst du drin je nachdem was du heute gebaut hast dann kannst du das hügel schießen und dann rolli ich hau mal ein foto rein bei mir ne von von meinem von meinem setting ne ok aber kein schreck kriegen hier aber das ist bei neos ist das noch interessanter aus muss ich dazu sagen der hat das wie auf der enterprise dann alles hier über kopf ne auch noch ne also der hat das dann die wand das sieht auch cool aus ich habe schon so einige settings gesehen hier und der schreibtisch darunter ist eine glasplatte über eck dann habe ich jetzt eine whatsapp gruppe reingehauen jo der alex soul ist gerade da und lädt alle an gerne mal eine freundschaftsanfrage an alex 29 sol also alex 29 sol freundschaftsanfrage von den fallout legends bitte mal senden was alex 29 sol also sol steht vom weißen haus ah danke einmal danke connie 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 ehrlich ihr seid ihr seid flüssig ich weiß er lebt alle ein hier grad aber ich hab ja schon team Alex 29 Sol. Ach du bist auch lieb, Oskar. 29 Sol Sol. Hallo Alex, nice to see you. Welcome to my Livestream. I find this cool here. Alex, can you hear me? Wait a moment, yes. Alex, where are you from? Sol Sol. I'm from Norway. From Norway, from Norway, nice. Wow. Wow. Respect my friend. Welcome. Do you join to the, sorry for my English, do you join to the Fallout Legends? Gottes Wohl macht das nicht. Harry, alles ok, Harry. Na klar. Ja, der ist ja gut. Unser Erik wieder. Also, we are the Fallout Legends. We are an international team with 65 members in the WhatsApp group. Do you have WhatsApp? Do you have Teamspeak? You can join our team. Now. Oma, halt ich doch mal da raus. Kann einer mal der Oma den Mund so halten? Okay. Du bist hier, glaube ich. Ich bin's Marvin. Ist gerade online. Hallo Marvin, ich grüße dich, mein Freund. Du kannst auch ruhig mal wieder in Teamspeak kommen, Marvin. Oh, hallo. Kommt bitte gut miteinander aus. Nein, wir wollen nicht gut miteinander auskommen. Du hast gar nicht gesagt, dass Freunde kommen. Wartet hier, ich tische schnell was auf. So Erik, ab jetzt übernimmst du bitte wieder. Ja, ja. Oh, hallo. Kommt bitte gut mit deinem anderen Haus. So, mein Team ist voll. Du bist hier, glaube ich. Da ist Marvin. Marvin ist da. Ist der Marvin? Ja, ich kann mein eigenes Team kreieren. Kein Problem. Okay, okay. Mein Teammitglied schickt euch eine Freunde-Request. Okay? Moin. Okay. Du bist hier, glaube ich. Also er ist von Norwegen, liebe Freunde. Yeah. Oh, hallo. Oh, ja. Kommt bitte mit. So läuft das. Und Rolli kriegt das hier. Oslo oder Bergen? Ach so. Du hast gar nicht gesagt, dass Freunde kommen. Wartet hier. Ich tische schnell was auf. Which city from Norway? Du bist hier, glaube ich. Die Oma, die geht mir hier gerade voll auf den Zünder hinter mir. Ich baue die jetzt gleich ab. Oh, oma. Harry. Bitte gut miteinander aus. Du bist hier, glaube ich, falsch. Wo ist die Oma? Oh, ich renne da oben. Hast du dich verlaufen? Irgendeiner quatscht die doch da schon wieder ständig voll. Harry? So, das war's. Mein, äh, city is, äh, carmai. Carmai? Sorry? Ja. Okay, okay. Ich bin aus Rostock. Wir haben die Kapitel der Norden, Oslo. Ah, okay, 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 okay. All the way, äh, closest to the coast. Und, äh, äh, wir haben England. Und, äh, dann haben wir Deutschland. Ja, okay. Ja, okay. I, äh, 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 my city is Rostock, ähm, on the coast from Baltic Moral, Ostsee. Und, äh. I, äh. Red mate.